Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wurde gebeten, einmal die App Archiv-Kirchenliteratur ein bisschen vorzustellen. Vor allem den Installationsprozess und wie man auch mit dieser App arbeiten kann. Also, als erstes gilt es zu sagen, dass die Installation zwischen Android-Geräten und iOS-Geräten, also Apple-Geräten, ähnlich ist, aber natürlich nicht genau gleich. Und zwar bei Apple-Geräten würdet ihr in den App Store gehen, bei Android-Geräten gehen wir in den Play Store, um die App zu suchen und zu installieren. Also, öffnen wir als erstes mal den Play Store. Kann jetzt sein, wenn ihr das ganz neues Handy habt, dass ihr irgendwie gefragt werdet, ob ihr Bezahlinformationen hinterlegen wollt etc., dann müsst ihr diese Prozesse natürlich entsprechend durchgehen. Wichtig ist, ihr müsst keine Bezahlbentode anlegen. Das ist nicht notwendig, da die App kostenlos ist und wir die verwenden können. So, dann tippt ihr einmal hier oben auf das Suchfeld. Dann könnt ihr anfangen, einfach Archiv-Kirchenliteratur. Da wird euch das in der Regel schon vorgeschlagen. Da könnt ihr einmal draufklicken. Dann vergewissern wir uns nochmal, zwar nur die Einhabe, vergewissert euch, dass es hier von Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ist. Und dann klickt ihr einmal auf Installieren und dann beginnt der Installationsprozess. Das kann jetzt mit der Geschwindigkeit, Handygeschwindigkeit etc. ein bisschen dauern. Ihr habt schon gesehen, wenn die Installation abgeschlossen ist, dann öffnet sich oder gibt es in Blaze so auch die Funktion, die App zu öffnen. Bei meinem Handy ist jetzt so, dass auch automatisch der Viren-Scanner einmal drüber läuft und ich jetzt am Ende die Möglichkeit habe, wenn alles gut ist, dass ich hier unten auf Öffnen drücken kann. Drücken wir einmal drauf. Dann wird die App gestartet und beim ersten Mal werden manchmal nochmal Inhalte heruntergeladen, dass man die sehen kann. Der Aufbau der App ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt am Anfang ein Startbildschirm oder die Startseite. Die seht ihr auch unten links, ist ausgewählt. Dann kann man auf das Archiv klicken, hat man einmal diese ganzen Sammlungen drin und dann gibt es die Funktion Bildschirme. Bildschirme schauen wir uns später an. Gehen wir nochmal zurück zur Startseite. Da seht ihr erstmal, es gibt einen haufenweise Informationen, ein paar Sachen hier, die wir alle einstellen können, wie wir es gerne möchten. Und dazu geht ihr hier oben auf die Punkte. Die Punkte sind eigentlich immer der erste Anlaufpunkt. Wenn man irgendwie Einstellungen oder irgendwas bearbeiten will oder die Sprache ändern will. Und wir schauen uns erstmal an. Startseite bearbeiten. Da sind jetzt hier ein paar Sachen ausgewählt. Das könnt ihr euch auswählen, wie ihr möchtet. Ich möchte gerne einen Klickpunkt erstatten, brauche ich jetzt nicht. Einfach nur, dass man es mal sieht. Mal ein paar wegklicken. Die Studienhilfen lasse ich mal. Weil die werden noch entscheidend. Ja, jetzt für das weitere Video. Das heißt, die bleiben erstmal drin. Und dann seht ihr schon, es ist jetzt auf jeden Fall weniger Sachen hier. Ihr hättet auch hier unten auf Startseite bearbeiten drücken können. Ja, genau dasselbe. Dann gibt es noch Options. Das ist quasi dasselbe, nur in Englisch. Beziehungsweise die, nicht ganz dasselbe, sondern das sind die Notifikationen, also die Benachrichtigungen. Wenn jetzt irgendwas ansteht, dann bekommt ihr halt eine Benachrichtigung auf euer Handy. Das schalten wir erstmal komplett ab, weil das brauche ich nicht. Dann gucken wir nochmal kurz zum Verlauf. Der ist jetzt erstmal auch uninteressant. Schauen wir mal in die Einstellungen rein. Dort habt ihr ganz oben die Möglichkeit, euch mit eurem Internet-Account der Kirche anzumelden. Oder halt einzuerstellen. Also das sind zwei Button ganz oben. Dann könnt ihr hier ein paar Anzeigeeinstellungen ändern, wie zum Beispiel das Textformat. Da könnt ihr die Größe ändern. Lasst das aber mal so, wie es ist. Hintergrundfarbe finde ich immer ganz nett. Nicht hell, sondern es einfach dunkel ist. Weil ich das finde, das ist immer ein bisschen schöner zu lesen. Ist auch ein bisschen bequemer für die Augen. Bei dem Farbschema, da ändern sich die Überschriften, beziehungsweise die Farben der Überschriften und auch dieser Button. So, wenn ich jetzt mal hier auf Gold gehe, dann seht ihr jetzt Anzeige ist golden. Wenn ich auf Magenta gehe, ist es Magenta. Ja, da könnt ihr so ein bisschen drin rumspielen. Und ich lasse das jetzt erstmal auf Blau. So, was hat der Listenmodus zu sagen? Wenn ich den Listenmodus aktiviere, ich gehe nochmal raus auf das Archiv, dann seht ihr, dann ist das jetzt tatsächlich als Liste da und nicht mehr als Sammlung, Auflistung. So, hier habt ihr noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt gerade einmal beim Archiv sind, mit diesen drei Punkten daneben, dass ihr den ganzen Content, also den ganzen Inhalt herunterladen könnt oder weitergeben könnt. Entfernen heißt in dem Fall nicht, dass ihr das jetzt komplett löscht und das dann niemand mehr sieht, sondern es heißt einfach nur, dass was ihr heruntergeladen habt, wird wieder von eurem Handy gelöscht. In dem Moment, wo ihr hier was öffnet, wird das automatisch heruntergeladen und ist dann auch offline verfügbar und alles andere ist halt nicht offline verfügbar. So, gehen wir nochmal zurück in die Einstellungen. Also, Listenmodus finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Fußnoten können wir ausblenden oder einblenden. Das ist quasi alle Markierungen etc. Ob die dargestellt werden soll oder nicht. Die wollen wir natürlich auch sehen. Ja, dann habt ihr noch ein paar generelle Einstellungen. Audioeinstellungen ist interessant für Texte vorlesen, für auch, wenn ihr Gesangbuch, Musik abspielt, die jetzt schneller abgespielt werden soll oder eben nicht. Da könnt ihr euch hier ein bisschen austoben. In dem Sinne könnt ihr nicht wirklich was kaputt machen. Könnt ihr euch halt einfach ein kleines bisschen angenehmer machen. Nutzung der mobilen Daten begrenzen. Das ist noch so ein Punkt, der vielleicht ganz spannend ist, wenn man nicht so viel Datenvolumen hat. Dass halt wirklich keine großen Medien, gerade wie Videos oder so, heruntergeladen wird, wenn man nicht im WLAN ist. Das ist ganz praktisch und ich lasse es jetzt mal aktiviert. So, dann gehen wir mal wieder oben links zurück in Einstellungen heraus. Und gehen wir mal in das Archiv direkt rein. So, wenn ihr jetzt hier einfach auf die Sammlung geht. Ich nehme jetzt einfach mal willkürlich ein Buch raus. Gehen wir mal ins Buch Hut 3. Dann dauert es ganz kurz, bis es geladen ist. Dann könnt ihr hier lesen. Jetzt kann es aber sein, dass ihr sagt, ich habe jetzt das hier gelesen und jetzt kommt mir der Gedanke, eigentlich steht ja noch woanders was. So, jetzt könnt ihr natürlich hier oben links einfach wieder zurückgehen und das andere auswählen. Oder aber ihr benutzt die Bildschirme. Wenn ihr jetzt auf Bildschirme geht, wenn ihr ein Plus auswählt, könnt ihr quasi die App ein zweites Mal öffnen. Ihr könnt wieder ins Archiv gehen. Ihr könnt halt jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt im Neuen Testament nochmal nachlesen. Und zwar im Lukas 13. Ist jetzt nur ein Beispiel. Und könnt dann hier reinschauen. Und könnt euch das Studieren ein bisschen vereinfachen, weil ihr jetzt quasi hier drin seid. Und dann geht ihr einfach unten auf Bildschirme. Und wählt wieder den ersten Bildschirm aus. Und schon seid ihr wieder zurück bei Ruth. So könnt ihr quasi mehrere Bildschirme parallel haben. Und könnt halt ein bisschen schneller und einfacher zwischen den ganzen springen. Und das ist ganz praktisch, weil das halt schneller geht, wie immer. Zurück gehen, auswählen und weiter. Wenn ihr dann die Bildschirme schließen wollt, dann seht ihr schon auf das, was jetzt aktuell ist, ist blau markiert. Und bei dem anderen seht ihr jetzt so ein kleines Kreuz oben rechts. Und mit diesem kleinen Kreuz könnt ihr den Bildschirm einfach schließen. Und dann ist er schon wieder weg. Ich gehe jetzt den nochmal aus. Dann habt ihr die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen. Das ist ganz einfach. Hier oben rechts, also links von den drei Punkten, die oben rechts sind, gibt es diesen Lesezeichenmarker. Wenn ihr da einmal drauf drückt, könnt ihr Lesezeichen erstellen. Damit drücke ich jetzt einfach mal ein Plus. Dann kann ich dem einen Namen geben. Keine Ahnung. Sonntagsschule zum Beispiel. Großschreiben. Genau, dann drücke ich auf hinzufügen. Dann seht ihr schon, mal kurz zurückgehen. Dann seht ihr hier oben, habt ihr halt den Namen und dann darunter das Buch, in dem ihr seid. So. Ich gehe einmal kurz zurück, dass ich hier drinnen bin. Dann seht ihr auch hier links, neben dem Vers ist auch der Marker. Dann wisst ihr, aha, da ist mein Lesezeichen. So, jetzt liest ihr weiter und sagt halt, keine Ahnung, wir kommen dann irgendwann hier an. Und ich möchte jetzt da das nächste Mal weiterlesen. Ich möchte jetzt das Lesezeichen ändern. So, das heißt, ich gehe wieder auf das Lesezeichen-Symbol. Jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt da drauf drückt, dann springt ihr wieder zurück zu diesen Lesezeichen. Wenn ihr das aktualisieren wollt, dann müsst ihr wieder rechts auf die drei Punkte gehen. Ihr seht schon, das Muster wiederholt sich, die drei Punkte. Und da findet ihr die Option Aktualisieren. So, ich drücke da jetzt einmal drauf. Und dann seht ihr auch schon oben, dass sich die, also das Buch, das Kapitel geändert haben. Die Überschrift ist natürlich die gleiche geblieben. Aber das aktuelle Buch ist jetzt das andere. Und natürlich mit dem Vers. Und so habt ihr schon mal ein Lesezeichen angelegt. Da könnt ihr natürlich mehrere verschiedene machen. Könnt auch da dann hin und her springen. Ist eigentlich ganz praktisch. Dann gibt es hier oben die Lupe. Ihr habt ja sicherlich schon gesehen, dass es generell, dass ihr da irgendwas filtern könnt. Das können wir mal machen. Nehmen wir mal Glauben. Auch richtig schreiben. Und damit könnt ihr diese ganze Bibliothek durchsuchen. Ihr könnt das natürlich hier oben auch ein bisschen eingrenzen, wo ihr suchen wollt. Also zum Beispiel möchte ich jetzt nur eine Musik suchen. Und dann werden mir alle Lieder angezeigt, wo irgendwie Glauben drinne vorkommt. Auch Stichwort verzeihen, etc. Ihr seht das schon. Das ist ganz praktisch. Aber es bietet halt auch einen haufenweise Informationen. Das heißt, ihr müsst natürlich dann noch ein bisschen ausfiltern, dass man da weniger Titel bekommt. So jetzt natürlich Abfall vom Glauben gibt es natürlich kein Lied dazu. Aber ich meine, das könnt ihr einfach benutzen, wenn ihr irgendwas suchen wollt. Oder wenn ihr euch noch grob an irgendein Zitat oder ein Vers erinnert, dann könnt ihr den damit raussuchen. So, ich gehe nochmal zurück. Und ja, das ist eigentlich schon erstmal der Schnelleinstieg. Jetzt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, das noch ein bisschen genauer oder noch ein bisschen schöner zu machen. Und zwar kommen wir kurz nochmal auf der Startseite an. Ihr seht die Studienhilfen. Da gibt es einmal Anmerkungen, Schlagwörter, Notizbücher und Lesepläne. Bei Leseplänen könnt ihr euch einfach einen Leseplan erstellen. Das ist ganz einfach geführt über einen Assistenten. Ihr wählt aus, was ihr lesen wollt. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach mal das. Ich will keinen Leserhythmus oder machen wir einen Leserhythmus täglich. Weiter. Und eine Erinnerung hinzufügen, täglich um 8. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr natürlich auch die Uhrzeit ändern. Also das ist super einfach. Auf Weiter. Und dann einfach einen Klick auf Anlegen. Dann wäre der jetzt angelegt. Ihr seht, dass wir jetzt täglich wollen wir das lesen mit Benachrichtigungen. Jetzt sage ich irgendwann, ja, will ich jetzt doch nicht mehr haben. Dann geht man da einfach wieder rein. Rechts die drei Punkte. Da einmal drauf gehen. Auf Löschen. Dann ist der Leseplan gelöscht. Das nächste sind Anmerkungen. Da kann man jetzt Notizen machen. Aber ihr seht schon, ich kann jetzt hier nichts reinschreiben. So, bei Notizbücher kann ich was reinschreiben. Notizbücher. Das ist quasi einfach ein generelles Notizbuch. Das heißt, hier kann ich jetzt eine Notiz erstellen, die keine Ahnung heißt. Leseauftrag. Keine Ahnung. Zufügen. Dann kann ich da reingehen. Und einmal eine Notiz erstellen. Thema. Fünfter Sonntag. Keine Ahnung. Irgendwas. Könnt ihr reinschreiben. Ihr seht auch, ihr könnt es hier unten ein bisschen rumspielen mit Markierungen, Formatierungen. Das ist eigentlich ganz spannend, was man hier so machen kann. Wenn ihr jetzt ein Wort, zum Beispiel dick gedruckt haben wollt, dann mit dem Finger oder mit eurem Stift einmal lang drauf halten. Dann wird das markiert. Und dann seht ihr links und rechts diese Blasen. Und mit denen könnt ihr auch die Markierung jetzt ändern. Also müsst ihr einfach drauf gedrückt halten. Und dann könnt ihr das verschieben. Ihr könnt das ausschneiden, kopieren etc. Ihr könnt sagen, es soll dick und kursiv sein. Da sind euch quasi nicht so sehr Grenzen gesetzt. Und dann seht ihr schon, es gibt hier rechts, also da wo auch dick gedruckt ist, gibt es auf der rechten Seite, dass man da mehr hat. So wenn ihr jetzt einfach da diesen Balken nach links schiebt, dann seht ihr, ich habe noch mehr Optionen, die ihr hier einfügen könnt. Wo ihr zum Beispiel ein Lese-Datum einfügen könnt oder so einen Strich einfügen könnt oder ihr könnt auch einen Link einfügen. Extern heißt, dass ihr da eine Webseite verlinken könnt und links und quer verweist wir halt sehr zwischen den Schriften. Dann einmal hier oben auf den Haken, dann wird er gespeichert. Und ihr habt den bei euch da drin im Leseauftrag. Dann gibt es noch Schlagwörter. Schlagwörter sind praktisch sowas wie ein Stichwortverzeichnis. Das heißt, ihr könnt ein Stichwort erstellen. Und dann, wenn ihr lest, könnt ihr es ja nochmal machen, glauben. Ganz einfach, machen wir hinzufügen. Könnt ihr jetzt sagen, wenn ich jetzt ins Archiv reingehe, ich habe keine Ahnung, irgendeine Heilige Schrift raus. Jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen wehkürlich gewählt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier seht, okay. Diese Verse 2 und 3, die haben mit Glauben zu tun. Zum Beispiel. Dann könnt ihr hier wieder lang gedrückt halten auf ein Wort. Dann wird das Wort markiert. Dann könnt ihr mit dem blauen Rahmen das alles markieren. Ihr seht, das ist jetzt nur markiert, aber das ist jetzt quasi nur ausgewählt. Das ist jetzt nicht farblich markiert. Wenn ihr sagen wollt, okay, markieren wir mit Farbe, geht ihr immer auf markieren. Und bei Stil könnt ihr dann die Farbe ändern. Zum Beispiel auch nur das Wort oder die Wörter unterstrichen sein sollen. Oder wie auch immer. Da habt ihr hier ein bisschen, nicht zu viel Auswahl, aber ein bisschen Auswahl. Am Ende wieder oben auf den Pfeil gehen und damit die Auswahl bestätigen. Und jetzt seht ihr schon, okay, das war jetzt vielleicht eine ungünstige Farbe, die fällt nicht auf. Gehen wir mal auf Rot. Das sieht man ein bisschen besser. So. Wenn ihr dann einmal ins Freie drückt, ist die Markierung aufgehoben und ihr könnt quasi weitermachen. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, jetzt habe ich ja noch vergessen, das Schlagwort hinzuzufügen, dann geht ihr da wieder einmal drauf, wird dieser Teil, der markiert ist, ausgewählt. Dann geht ihr auf Schlagwort. Jetzt seht ihr schon, habt ihr in der Liste das, was wir gerade angelegt haben, drin. Das heißt, das können wir jetzt einmal auswählen. Und jetzt könnt ihr aber auch zum Beispiel sagen, ja, das hat aber auch mit Gebet zu tun. Wir können da zum Beispiel ein neues erstellen. Also dann tippt ihr das ein. Dann sucht ihr erstmal in euren vorhandenen und gebt euch ganz unten die Option, dass ihr auch ein neues erstellen könnt. Dann stellen wir natürlich ein neues und schon sehen wir, haben wir da schon zwei Schlagwörter drin. Einmal bestätigen, ist okay. Dann könnt ihr hier, ah ja, dann seht ihr hier rechts eben, dass da ein Schlagwort ist. Das seht ihr hier rechts an diesem Symbol, was neben dem Vers ist. Und ja, dann können wir noch eine Notiz hinzufügen dazu und sagen, finde ich cool. Ja, und auch hier seht ihr wieder, ihr habt hier unten wieder diese ganzen Optionen. Da Notizen zu bearbeiten, dazu zu machen. Ihr könnt auch hier oben über dieses, was so aussieht wie ein Viereck, könnt ihr das auch einmal groß machen. Dann seht ihr das ein bisschen besser und könnt ein bisschen besser schreiben. Und wenn ihr ganz am Ende seid, wieder auf den Haken. Und die Notiz wird quasi zum Vers dazu gespeichert. Seht ihr auch schon, jetzt hat sich das, ja, Fußnote ein bisschen geändert. Und dann seht ihr einfach, dass da gibt es dann auch eine Notiz dazu. Und dann könnt ihr jetzt da zum Beispiel wieder hier rechts drauf drücken. Und dann seht ihr auch eure Notizen dort. Das ist also ganz praktisch. So, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt natürlich das zum Notizbuch hinzufügen. Als Auswahl, dass ihr das mit seht. Nehmen wir oben auf den Pfeil. Ah, ne, ja. Okay. Und dann haben wir noch Verknüpfung. Damit könnt ihr jetzt zum Beispiel noch mit anderen Versen verknüpfen. Zum Beispiel mit Alma, das Buch Alma 1. Und dann ist das hier, Vers 1. Hier auf den Haken. Und dann ist das mit 1x1 zum Beispiel verknüpft. So, dann habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr die markierten Verse kopieren könnt. Das heißt, die werden einfach in den Zwischenspeicher geladen. Den könnt ihr irgendwo einfügen. Über Weitergeben könnt ihr das direkt in der App teilen. Also ich kann hier mal drauf gehen. Da seht ihr, habt ihr die ganzen Möglichkeiten, das zu teilen. Ihr könnt suchen, also nochmal speziell, wenn ihr irgendwas suchen wollt. Definieren ist vom Prinzip, es wird der markierte Teil einfach in eurer Suchmaschine eingegeben im Internet. Und über Entfernen wird diese Markierung einfach, also das, was ihr jetzt hier markiert habt, wird einfach wieder entfernt. Also das heißt, es wird nicht der Vers gelöscht, sondern es wird einfach nur die Markierung gelöscht. So. Soviel dazu. Ich gehe jetzt nochmal, achso, in der Navigation habt ihr jetzt gesehen, dass ihr hier oben immer navigieren könnt. Also sprich, ich gehe jetzt nochmal hier rein bei Lukas 18. Und ihr habt das mehrere Möglichkeiten. Ihr habt halt links den Pfeil, damit geht ihr einfach generell zurück. Das heißt, wenn man die Schritte, die ihr der Reihe nach macht, die werden wieder zurückgegangen. Oder ihr sagt aber, das können wir ja mal sehen, so jetzt bin ich im Lukas 18, jetzt lese ich weiter 19 und 20. Wo ich jetzt zurückgehe, wo ich jetzt zurückgehe, dann ist er erstmal wieder bei Lukas. Und Anmerkungen, da sehen wir schon, die finde ich cool, Anmerkungen, die haben wir. Und Notizbücher, ja, das ist ja noch von vorne. So. 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 vertippt hat und dann geht er einfach weiter und jetzt wird quasi geprüft ob das passt und jetzt seht ihr schon die anmeldung hat geklappt und jetzt werden die ganzen daten empfangen die bei euch im account sind das heißt jetzt gehe ich mal bei schlagwörter rein und jetzt ist noch nichts da mist hat nicht geklappt das stimmt nicht ganz das problem ist ich habe jetzt relativ viele markierungen schon da und die brauchen jetzt ein bisschen zeit bis heruntergeladen sind deswegen werden die nicht sofort da sein soll ich gucke jetzt noch mal rein lag würde jetzt seht ihr jetzt sind die schon da weiß ich war schon mal fleißig in der vergangenheit und habe da schon mal ein paar eingetragen und auch verknüpft und das habt ihr jetzt da und das ist mit eurem internet account verknüpft jetzt könnt ihr wenn ihr euch zum beispiel auf dem pc anmeldet im internet mit eurem account sind diese ganzen bemerkungen da die ganzen notizbücher die anmerkungen etc alles da und das ist halt echt praktisch genau was haben wir noch ihr seht jetzt hier auf der startseite über weiterlesen das sind die erste die ich vorhin in dem bildschirm offen hatte da kann man natürlich dann draufklicken das aktualisiert sich auch dann mehr oder weniger von alleine wenn ich jetzt auf den verlauf geht da seht ihr alles was ich irgendwie mal aufgerufen hatte oder ausgewählt habe ist da drin da kann man auch relativ schnell hinspringen und dann gibt es noch eine option die ich euch gerne zeigen möchte und zwar wenn ihr aufs archiv geht bzw zwei sachen das erste ist sprache ihr könnt wenn ihr auf sprache geht die sprache ändern so das heißt ich will jetzt mal spanisch aus zum beispiel als ich finde ja dann wird der inhalt kurz heruntergeladen und das abgeschlossen ist ist das archiv auf spanisch verfügbar also ihr seht es schon das hat sich auch alles in spanisch geändert und hat da den vorteil dass jetzt auch mehrere sprachen parallel haben könnte man könnte jetzt zum beispiel reingehen und sagen ich möchte die brüder moment dass der nefi das 8 lesen vielleicht weil ich gerade diese sprache lerne lese ist in einer anderen sprache und jetzt weiß ich aber nicht was heißt das jetzt genau da kann ich dich ja oben auf die punkte gehen und dann gibt es hier wieder die option sprache und dann kann ich einfach auf deutsch umstellen aber ganz kleinen moment und dann ist der inhalt auf deutsch verfügbar und ihr seht auch ich habe jetzt im deutschen markierungen drin die sind jetzt im spanischen natürlich nicht weil es ja quasi ein anderes buch ist so gehen wir wieder zurück auf spanisch gesagt das kann man super einfach umstellen dann seht ihr hier neben der 2 zum beispiel so ein bild symbol da gehen wir einmal drauf und dann sagte mir oder schlägt davor dass man hier sogar ein video dazu anschauen kann da könnt ihr einmal drauf drücken das setzt natürlich voraus dass er entweder alles heruntergeladen habt also auch das video oder dass er einfach eine internetverbindung habt das kreuz nach draußen und sind dann hier dann habt ihr gesehen hier sind jetzt noch ganz viele sachen drin jetzt für euch erstmal wahrscheinlich nicht ganz so relevant sind aber auch an sich selbst erklären also verwandte inhalte ist halt zum beispiel alles was jetzt hier an fußnoten drin ist wenn ich auf seite suchen gehe dann kann ich quasi einmal was auf der ganzen seite ist durchsuchen weitergeben die funktion kennt ihr schon das ist quasi das heilen also dass ihr sachen andere verschicken könnt audio datei abspielen ist jetzt in dem fall dass dann dass ihr euch das ganze auch vorlesen lassen könnt also ihr müsst das auch nicht selber lesen es vielleicht ganz praktisch wenn ihr irgendwie arbeitet oder wie auch immer und das nebenbei hören wollt könnt ihr darüber machen drucken den drucker habt können das natürlich ausgeben und dann verlaufsprache einstellung hilfe ist ja das was wir jetzt eigentlich schon kennen zur hilfe ganz kurz gesagt die verweist euch in aller regel auf eine internetseite am ende der einmal reinschauen wenn ihr wollt ist jetzt nicht ganz so wie das war es eigentlich schon mehr gibt es hierzu eigentlich gar nicht zu sagen ich die wichtigste funktion habe ich euch gezeigt auch ganz kurz ihr habt ja gesehen ich jetzt hier durch scrollen verschwindet dieses kopfhörer symbol das ist quasi dasselbe wenn ihr auf audio datei abspielen klicken würdet oder ihr geht ganz nach oben zum kapitel und klickt ihr auf diesen kopfhörer symbol und könnt euch das auch noch mal vorlesen lassen dasselbe ein entschuldigung das ähnliche gibt es auch für das gesangbuch heißt ihr könnt jetzt wenn ihr zum beispiel zu hause familienheim abend macht oder auch generell einfach kirchenlieder singen wollt dann könnt ihr euch das lied raussuchen und dann habt ihr einmal das als notenblatt oder wenn jetzt als text gehen wollte als reinen text je nachdem was euch einfacher fällt zum singen und dann habt ihr schon gesehen das hier unten wieder ganz kurz dieses symbol erscheint und wieder verschwindet und hier könnt ihr euch auch die musik abspielen lassen also könnt ihr mal drauf gehen und dann könnt ihr dazu singen also das ist echt praktisch und es ist echt hilfreich und wie gesagt habt ihr könnt ihr die sprache umstellen ist also auch wenn ihr dass wir jemand anders machen wollt eine wunderbare möglichkeit das zu tun das war es jetzt erstmal für heute ich hoffe ihr habt das soweit verstanden ansonsten springt noch mal zu den punkten die euch unklar waren schaut euch das ganze noch mal an oder was natürlich meistens besser geht fragt noch mal jemanden nach in eurer umgebung der ich damit vielleicht ein bisschen auskennen aber so seht ihr erstmal die sachen gibt und jetzt kann ja sein dass sich auch in zukunft noch irgendwas ändern wird und wir werden uns voraussichtlich im nächsten video einmal anschauen wie das ganze dann für den pc aussieht weil man ja vielleicht doch manche sachen lieber am pc vorbereitet als am handy dann schauen wir mal wie das so aussieht so ich wünsche euch viel spaß beim rumprobieren und lasst euch nicht ärgern davon von der technik die technik ist hilfreich wenn man sie gut einsetzt also dann viel spaß tschüss